Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex. Und die sieben Tage sind mal wieder verflogen. Heute steht ein neuer Wochenreport vor uns und wir haben heute den 22. Oktober 2017. Ja, ich habe diese Woche schon viel berichtet, viel getweetet, viel bei Facebook und bei Telegram gepostet. Von daher habt ihr schon jede Menge Infos und ich möchte mich natürlich nicht ständig wiederholen. Ich werde heute auf jeden Fall nicht mehr auf Ripple Swell eingehen. Ich habe dazu gestern für all diejenigen, die schon reingeschaut haben, die wissen es. Ansonsten schaut sehr gerne nochmal in meine Videoliste. Ich habe gestern ein Spezialvideo einzig und allein zu dem Thema Ripple und der Ripple Swell Conference gemacht. Und dementsprechend wird da alles zu dem Thema behandelt, was diese Woche passiert ist mit Ripple. Wir werden uns heute speziell mal anschauen, das Bitcoin All-Time-High. Ich denke, so viel Zeit muss sein, dass wir mal einen kurzen Blick da reinwerfen, was der Bitcoin mal wieder geschaffen hat diese Woche. Und darüber hinaus sprechen wir über den Hard Fork. Der steht nämlich jetzt kurz bevor Bitcoin Gold wird kommen. Und wir reden mal darüber, was IBM eigentlich diese Woche mit Stellar Lumens gemacht hat, beziehungsweise warum diese beiden Namen so in den Schlagzeilen waren und was es mit Hyperledger auf sich hat. Ja, zu guter Letzt gucken wir uns nochmal das Ergebnis der Coin Day Abstimmung an, damit wir sehen, was denn am Mittwoch, Mittwoches Coin Day für ein Coin präsentiert wird. Und ich bin selbst mal gespannt. Wir gucken uns zum Ende des Videos an, wie ihr entschieden habt. Okay, lasst uns starten, keine Zeit verlieren. Als allererstes einmal auf die Lieblingsseite CoinMarketCap. Und wir sehen, in den Top 5 hat sich nicht viel verändert, bis auf den Bitcoin, der plötzlich eine Überdimension angenommen hat diese Woche. Heute hat er ein wenig nachgegeben. Wir haben jetzt ca. 13 Uhr gleich. Wir sind gerade in so einem kleinen Abwärtstrend. Aber ich glaube, wir werden definitiv noch, bis der Bitcoin Gold offiziell implementiert ist in dieser Welt, werden wir bestimmt noch sehen, dass der Bitcoin mindestens dieses Niveau hält. Ansonsten sehen wir, dass die Top 5 sich nicht groß geändert haben. Einzig und allein, das Market Cap hat sich etwas, oder ist etwas geschrumpft. Ganz besonders bei Ethereum und bei Ripple. Wir sehen also, Ripple hat sehr nachgelassen seit Montag. Das mag zum einen vielleicht ein wenig an der Konferenz liegen. Dazu, wie gesagt, in dem Video, was ich gemacht habe, ein bisschen mehr Infos. Ansonsten liegt es aber höchstwahrscheinlich auch daran, dass jetzt gerade viele auf den Bitcoin-Zug aufspringen. Und viele sich sagen, okay, ich möchte Free Money, ich möchte gern kostenlos Bitcoin Gold haben. Und somit gehen viele in den Bitcoin hinein. Ja, wir schauen uns mal ganz kurz den Graphen von Bitcoin an, was diese Woche passiert ist. Und das Ding sieht wirklich aus wie eine Rakete. Also wenn wir mal gucken, es lief ja das ganze Jahr über, schauen wir uns mal nur dieses Jahr an, relativ entspannt wie so eine Parabel, also langsam nach oben. Und es war auch klar, Bitcoin wird immer mehr in den Medien genannt und immer mehr Leute wie JP Morgan, auch wenn sie negative News bringen, bringen sie News. Und News sind immer gut, denn dadurch wird das Thema publik. Und wir sehen also, der Bitcoin hat eine enorme Entwicklung gemacht. Hier war in etwa noch der Punkt, wo diese JP Morgan-Gerüchte aufkamen, dass der Bitcoin ein Betrug wäre und so weiter. Und scheinbar wurde jetzt kurz danach, ja, eigentlich zum Ende des Septembers sind schon klar, dass das irgendwie jetzt alles egal ist und die Leute weiter investieren. Und ja, wir sehen, der Bitcoin stand gestern bei über 6.000 US-Dollar. Das heißt, wir haben ein absolutes All-Time-Higher erreicht. Und ich weiß echt nicht, wo hier noch das Ende der Fahnenstange sein wird. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass natürlich viele dieser Kursentwicklungen gerade dem Bitcoin-Gold-Thema geschuldet sind. Ja, viele springen wahrscheinlich, wie gesagt, jetzt auf den Zug auf, um eben Free-Money zu bekommen. Ich bin mal gespannt, was passiert, sobald Bitcoin-Gold wirklich da ist. Ob wir dann wirklich immer noch so einen Anstieg haben, beziehungsweise so ein Volumen, oder ob dann einige wieder aus dem Markt herausgehen. Okay, dazu kommen wir auch gleich zu dem Thema Bitcoin-Gold. Ja, ich glaube, sonst brauchen wir hier nicht viel beobachten. Also die ganzen Charts, die wir hier haben, sind teilweise eben sehr langweilig. Alle haben so einen leichten Negativ-Trend gehabt. Der Bitcoin hat wie ein Staubsauger alle, ja, Market-Cap, oder das gesamte Market-Cap aufgesogen. Wir sind jetzt bei fast 60% bei Marktdominanz. Also wenn ihr mal hier oben schaut, sehen wir einmal das generelle Marktvolumen, was im gesamten Kryptomarkt drin ist. Und wir sehen hier die Dominanz vom Bitcoin zu den Altcoins. Und wir sehen also, die wird immer größer, die Dominanz. Ja, was heißt das für uns? Das heißt für uns erstmal, alle, die Bitcoin haben, haben es gut. Wir haben nämlich jetzt jede Menge Geld und jede Menge Gewinne erzielt. Auf der anderen Seite will ich all denjenigen, die Altcoins halten, ganz klar sagen, ich persönlich bin der Meinung, es handelt sich hier um eine zeitige Geschichte, die aktuell natürlich extrem gehypt wird und viele steigen auf den Bitcoin-Zug auf. Ich kann mir aber genauso gut vorstellen, dass die Altcoins sehr, sehr schnell wieder nachziehen werden und das Volumen sich wieder etwas fairer verteilt, sprich die Dominanz, die der Bitcoin hat, sich ein bisschen wieder in die richtige Richtung für uns Altcoin-Anleger. Also ich gehe mal davon aus, dass viele von euch auch in Altcoins sind, dass es sich wieder ein bisschen zum Positiven wendet. Ja, also das Geld ist auf jeden Fall da. Es ist nur im falschen Coin oder nicht so gut aufgeteilt, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Ich glaube aber, das wird sich wie gesagt legen. Ja, ansonsten gucken wir uns mal an, Bitcoin Gold kommt. Und Bitcoin Gold, habe ich euch schon in einigen Berichten erzählt, es wird sehr zwiegespalten gesehen. Die einen sagen, cool, endlich mal wieder ein Fork. Cool, es gibt Free Money und vor allem Bitcoin Gold verspricht ja auch eine fairere Aufteilung, was das Mining betrifft. Bitcoin Gold hat so die Grundidee, dass beim Bitcoin viel zu viele Leute aktuell in der Lage sind, mit zum Beispiel drei, vier, fünf großen Mining-Betriebe, die extreme Werke haben, extreme Kapazitäten und extrem viel Bitcoin schürfen, dass die zu mächtig werden. Und dass dieses dezentrale System immer mehr in eine zentrale Hand gerät, und zwar in die Hand der Miner. Und Bitcoin Gold verspricht eine Lösung, indem sie etwas am Algorithmus ändern, indem sie etwas an der Fairness in dieser Welt ändern wollen. Und das hört sich auf jeden Fall erstmal gut und in Ordnung an. Auf der anderen Seite wird das Team um Bitcoin Gold sehr skeptisch betrachtet. Und was dazu kommt, es wurde offenbart, oder es kam heraus, dass der Bitcoin Gold bereits vor dem jetzt tatsächlichen Fork, der stattfindet, schon angefangen hat zu minen, also ein sogenanntes Pre-Mining betrieben hat. So ein Pre-Mining wird sehr ungern gesehen, weil das bedeutet, sie fangen schon an, Blöcke zu erschließen und die neue Chain zu erweitern oder weiterzuführen, obwohl die Masse noch gar nicht dahin kann. Das führt natürlich dazu, dass sie sich zum einen schon Bitcoin Gold verschaffen können, also einen zeitlichen Vorteil haben. Zum anderen führt das aber auch dazu, dass viele Miner das nicht fair finden. Und so hat jetzt zum Beispiel Bittrex, eine der größten Börsen für die Kryptowelt, ja, die haben jetzt mal so berichtet, okay, ab sofort gibt es Bitcoin Gold, ab dem und dem Block, also hier steht es mal ganz genau, ich werde euch das auch verlinken, ab dem Block 491.407 wird in etwa am 24. Oktober um 3 Uhr der US-Zeit, wird eben jedem, der einen Bitcoin hält, im gleichen Wert einen Bitcoin Gold, also BTG, gestellt. Oder ihr bekommt ihn. Das bedeutet, aus einer Blockchain-Kette werden plötzlich zwei und all diejenigen, die vorher auf der Blockchain-Kette des Bitcoin waren, bekommen jetzt gratis quasi ein Bitcoin Gold auf der neuen Blockchain geschenkt. So, das ist natürlich sehr cool, weil ihr habt ja nichts dafür getan, ihr habt eigentlich nur Bitcoin gehalten. Wichtig ist dabei, dass ihr den Bitcoin auf eure Private Keys habt, also sprich am besten nicht auf irgendwelchen Börsen, sondern wirklich auf einer Wallet, zum Beispiel auf einem Hardware-Wallet wie dem Ledger Nano S oder einem Tresor oder dass ihr es vielleicht in Jacks habt oder wie auch immer. Also wichtig ist, dass ihr es auf einem Wallet habt, wo die Börse nicht unbedingt was mit zu tun hat. Dann habt ihr garantiert eben diese Verdopplung eurer Coins, wenn ihr so wollt. Alternativ kann man sie auf einer Börse lassen, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie die das handhaben, ob die Börse euch denn wirklich den gleichen Wert zuspricht. Kann sein, wenn ja, kann ich mir vorstellen, dass es zeitversetzt passiert, weil die Börse erstmal überprüfen muss, bei so einem Riesenaufwand, wer wie viel hat und so weiter und so fort. Ich würde es also generell rein vom Gefühl her am liebsten auf meinen eigenen Wallets haben und da, wo ich der Eigentümer des Private Keys bin. Ja, ansonsten gibt es eine zweite Thematik. Ich hatte schon mal darüber gesprochen, dass einige davon sprechen, Bitcoin Gold könnte ein Scam sein, eine Art von Team, das sich irgendeinen Nutzen verschaffen will aus der Kryptowelt. Und hier ist ein sehr wichtiges Thema. Und Bittrex schreibt eben an all seine User, ja, das ist eben sehr sachlich hier oben, also da geht es los, und darüber hinaus warnen sie vor Folgendem. Bitcoin Gold hat aktuell nicht, und jetzt geht es jetzt sehr technisch, ich muss dazu sagen, ich bin hier selber nicht so richtig fit, ich habe mich jetzt sehr viel reingelesen, aber wenn ich irgendeinen Fehler mache, bitte korrigiert mich, ansonsten werde ich jetzt auch versuchen, nicht allzu tief in die Tiefe zu gehen, sondern euch die Fakten kurz und knapp zu nennen. Also es gibt verschiedene Themen, die hier nicht berücksichtigt wurden, irgendwelche Arten von Codes wurden hier nicht ganz perfektioniert, und das Wichtigste, deshalb auch hier blau hervorgehoben, sie haben keine sogenannte Replay Protection implementiert. Eine Replay Protection, zeige ich euch im nächsten Bericht hier oben, ist ein Schutzmechanismus, damit keine Verdoppelung einer Transaktion stattfinden kann. Und das war zum Beispiel beim Bitcoin Cash ein wichtiges Thema, und man hatte es kurz vor der Einführung des Bitcoin Cash in den Griff bekommen, und hat halt ganz klar diese Replay Protection gehabt, wodurch eben dieser mögliche Fall, dass irgendwie jemand versucht, durch kriminelle Hintergedanken, irgendwie Profit aus den Transaktionen zu schlagen, das wurde einfach zunichte gemacht. Und ich persönlich ging davon aus, wenn jetzt nochmal ein vorkommt, dass das ja wohl das kleinste Thema sein wird, dass da wieder so eine Replay Protection drin ist, doch Bitcoin Gold hat da eben nicht vorgesorgt, und jetzt ist jetzt kurz davor, das Ganze eben aktiv zu werden, oder dass das Ganze aktiv wird, aber diese Replay Protection fehlt. Und ich habe hier meinen etwas älteren Bericht vom 22. August rausgesucht, vom BTC Echo, den werde ich euch verlinken, da könnt ihr es nochmal in Ruhe durchlesen, weil es, glaube ich, ziemlich kompliziert ist. Es geht dabei darum, hier ist ein Beispiel, das lese ich euch mal vor, also ihr habt jetzt eben dadurch, dass ihr Bitcoin besitzt, plötzlich nicht nur Bitcoin, also BTC, sondern ihr habt zukünftig auch BTG, also Bitcoin Gold. So, und da beide Coins gar nicht so verschieden sind, könnte ein Schelm hier auf böse Gedanken kommen. Führt Alice nun eine Transaktion, also eine Bitcoin-Transaktion aus, beispielsweise will Alice Bob ein Bitcoin schicken, könnte Charlie das Ganze auf der Blockchain beobachten. Denn es ist so, wenn ihr jemand anderem etwas schickt, habt ihr quasi eine digitale Unterschrift, das ist eure Private Key. Also ihr müsst jetzt ja nicht jede Transaktion irgendwie ausdrucken und unterschreiben, sondern das passiert ja alles über die Blockchain. Und die Blockchain ja autorisiert nur denjenigen, der auch wirklich darf, und das wiederum wird auf die Private Key zurückgeführt. Bei so einem Hardfork passiert ist, dass die alte Blockchain und die neue, also in diesem Fall die Bitcoin, die normale Bitcoin-Blockchain und die Bitcoin-Gold-Blockchain bis zu dem Moment, wo die beiden sich trennen, exakt die gleichen Informationen haben. Das heißt, auch die Bitcoin-Gold-Blockchain hat alle Transaktionen gespeichert, die der Bitcoin jemals gemacht hat. Und nun könnte es also passieren, dass Alice Bob ein Bitcoin schickt und ein Fremder, also in diesem Fall hier Charlie, das Ganze beobachtet und sagt, cool, ich kopiere diese Transaktion einfach mal und gaukel vor, dass sie jetzt gerade statt Bitcoin, Bitcoin Cash oder Bitcoin Gold verschickt werden soll. Sehr kompliziert, aber kurz gesagt, er kann also diese Transaktion quasi zweimal ausführen, aber sie war nur einmal gewollt von euch, weil ihr wolltet eigentlich nur den Bitcoin verschicken und ihr wolltet kein Bitcoin Gold verschicken. Und so kann es passieren, dass eben quasi eine Wiederholung der Transaktion durchgeführt wird, ohne dass ihr das möchtet. Und damit kann man sich natürlich das zunutze machen und euch irgendwie abzocken. So, und diese Replay Protection sorgt dafür, dass diese Wiederholung, also diese Replay, nicht stattfinden kann. Und da Bitcoin Gold das nicht hat, bin ich persönlich der Meinung, ein mittelmäßiges Bauchgefühl zu haben bei der ganzen Sache, weil ich mich frage, erstens, warum meint man das Ganze vor? Also warum haben sie schon vor Blöcke vorgemeint? Und zweitens, warum schafft man es nicht, wenn man so ein großes Projekt startet, einen solchen Sicherheitsmechanismus einzubauen? So, jetzt könnt ihr selber entscheiden, vielleicht könnt ihr mich auch eines Besseren belehren und mir sagen, hey, das ist gar nicht so wild. Ich finde das schon ziemlich fragwürdig und mich würde mir interessieren, was ihr dazu sagt, so ganz generell. Das bedeutet für euch, ihr sollt jetzt keine Angst bekommen, ihr könnt gerne die Bitcoin Gold erst mal bekommen. Wenn ihr eben Bitcoin haltet, kriegt ihr sie hier gratis dazu. Aber ich würde euch empfehlen, die ersten 48 Stunden vielleicht nicht unbedingt Bitcoins hin und her zu schicken, es sei denn, es ist unvermeidbar. Also überlegt euch, den Bitcoin zu halten, wartet einen Moment, bevor ihr irgendwas durchs Netz schickt, bis das Ganze sich sozusagen ein bisschen harmonisiert hat. Wenn dann irgendeine Scam-Idee stattfinden sollte, dann würde es aufploppen und ihr seid wenigstens geschützt, weil ihr nicht gleich von vornherein irgendwie Bitcoins durch die Gegend geschickt habt. Verzeiht mir, dass das ein schwieriges Thema, ein komplexes Thema ist. Ihr könnt das Video gerne nochmal stoppen oder zurückspulen. Ich versuche es halt so einfach wie möglich zu erklären, aber es ist natürlich sehr technisch. Nur es ist blöd zu glauben, ach, das ist alles nur cool, alles nur gut und man sollte schon ein bisschen die Hintergründe verstehen bei dieser ganzen Fork-Geschichte, denn es kommt ja nicht von ungefähr, dass so ein Fork gemacht wird und es gibt immer irgendwelche Leute, die dagegen und irgendwelche Leute, die dafür sind und ihr könnt jetzt selbst entscheiden, ob ihr es gut oder schlecht findet. So, genug von diesen mittelmäßigen oder negativen News hier. Wir gehen jetzt einfach mal zum nächsten Thema und zwar zu einer ganz coolen Nummer und zwar hat IBM diese Woche den Kurs von Stellar Lumens in die Höhe getrieben. Stellar Lumens habe ich euch schon mal an einem Coin-Day vorgestellt. Das Ganze könnt ihr gerne noch mal anschauen, ansonsten verlinke ich es am Ende von diesem Video noch mal. Und hier ging es darum, dass IBM gesagt hat, okay, wir brauchen einen Coin, den wir als Bezahlcoin für unsere Blockchain-Projekte nutzen können und da haben sie lange überlegt, welchen sie denn wählen und sie haben sich letztendlich dafür entschieden, Stellar Lumens zu wählen, sprich den Lumens-Coin von Stellar. Ja, ziemlich spannend. Das hat dafür gesorgt, dass der Coin irgendwie 150% gemacht hat. Wir gucken uns den gerne mal kurz an. So, heute schon wieder 34%. Also, wie gehen wir hier rein? Stellar Lumens. So, die Info kam irgendwann am Montag. Wir gucken mal in diese Woche. So, also hier war Montag, hier war noch alles okay. Da haben wir einen Preis. Ich gucke jetzt gerade mal den Orangenwert, den BTC-Wert, also die Satoshis. Da war er bei 336 Satoshi und dann plötzlich kam die Information, dass IBM sich jetzt mit denen zusammenschließt und das Ding hat sich fast verdreifacht. Nur durch diese Information, innerhalb von wenigen Minuten hat sich das Ding verdreifacht, hat sich denn die ganze Woche so ein bisschen an diesem Wert orientiert, aber sinkt jetzt langsam wieder und hat sich jetzt so irgendwie um die 500, 600 Satoshi, in diesem Fall ungefähr, 0,0335 US-Dollar Cent eingependelt. Ja, warum ist das generell so günstig? Ganz einfach, es gibt von denen sehr, sehr viele, denn Stellar Lumens ist im Prinzip sowas ähnliches wie Ripple und die XRP von Ripple, also ein Bezahlsystem, das eben sehr, sehr viele Einheiten besitzt. So, und der Grund, warum man überhaupt so zwei verschiedene braucht, ist natürlich Wettbewerb, ganz klar. Stellar sagt, wir haben den besten Bezahlcoin, Ripple sagt, wir haben den besten Bezahlcoin. Jeder sucht sich seine Kunden und jeder hat auch gewisse Vor- und Nachteile für den Kunden und jeder kann sich frei entscheiden. IBM hat sich eben für Stellar Lumens entschieden und zwar automatisch, nicht nur für den Bezahlcoin, sondern auch für das System, was dahinter steckt. Und jeder Bezahlcoin und jedes Unternehmen, das mit Bezahlcoins arbeitet, hat gewisse Protokolle, auf denen das Ganze basiert. So hat Ripple zum Beispiel das Interledger-Protokoll und so hat hier zum Beispiel die von IBM vorhandene Blockchain-Technologie, die hat ein sogenanntes Hyperledger-Protokoll. Und dieses Hyperledger-Protokoll ist eben eigentlich nur das Gleiche in Grün, hat andere Funktionen, hat andere Vorteile, hat andere Inhalte, aber im Prinzip sind beide Blockchain-Technologien dafür da, um Bezahlungen durchzuführen und um gewissen Unternehmen gewisse Strukturen möglich zu machen. Und da kann sich jetzt natürlich jeder streiten, was ist jetzt besser, Interledger-Protokoll, Hyperledger-Protokoll, ich habe gar keine Ahnung. Ich kann euch nur so ein bisschen erzählen, worum es da generell geht. Die Technik dahinter ist so kompliziert, dass ich null Ahnung habe. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass viele große Unternehmen, die sich zum Beispiel jetzt nicht für Ripple entschieden haben, die sagen jetzt okay, zum Beispiel hier IBM, Cisco, JP Morgan oder SAP, die haben sich für dieses Hyperledger-Projekt entschieden. Hier merkt man ganz klar, bis auf JP Morgan haben die anderen auch wenig mit Finanzen zu tun, also das ist jetzt nicht unbedingt so ein Banken-Coin, sondern das scheint eher so ein Bezahl-Coin für Firmen zu sein. Ja und somit haben wir hier natürlich so eine kleine Unterscheidung und das könnte auch der Grund sein, warum man sich eben für diesen Hyperledger entscheidet und nicht für das Interledger-Protokoll, weil man sagt, das eine ist was für Banken, das andere ist eher was für große Konzerne und wir großen Konzerne, wir möchten gerne so eine Art Technologie haben, die wir ein bisschen besser auf uns abge... oder die besser auf uns angepasst ist. Ja, das dazu hierzu gibt es noch die Schlagzeile, dass so dieses Google aus China, also China hat ja alles selbst, China hat eine eigene Währung gehabt oder hat vor, eine eigene Währung zu gründen, irgendwie Bitcoin China, China hat aktuell eine eigene Suchmaschine, China hat ein eigenes Facebook, also China hat keine Lust auf fremde Sachen von außen, sie kopieren quasi alles und machen da ihr eigenes Ding draus. Und diese bekannteste, größte Suchmaschine aus China hat sich jetzt auch an dieses Hyperledger-Protokoll angebunden und das ist natürlich ein Megaboom, weil die Chinesen sind nicht ohne von ihrer Bevölkerungsanzahl und somit ist dieses Hyperledger-Protokoll diese Woche sehr stark in den Medien. Falls ihr das mal lest, wisst ihr jetzt ungefähr, worum es dabei geht. Ja, das war es an dieser Stelle mit den Infos. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten gehen wir jetzt noch einmal zur Abstimmung und zwar war die Frage, welchen Coin ich am Mittwoch präsentieren soll. Es gab diese vier zur Auswahl, 10xPay-Token, IOTA, SIA Coin, Bitcoin Gold. Ihr habt euch bei Facebook relativ zurückgehalten. Ich muss mir überlegen, wie ich das besser gestalten kann. Ich glaube, der Beitrag ist zu weit nach unten gerutscht. Viele von euch konnten den gar nicht mehr sehen. Leider kann man hier nicht so einfach so eine Umfrage machen. Leider ist das hier die Facebook-Seite und keine Facebook-Gruppe. Wenn ihr doch eine Möglichkeit kennt, dann schreibt sie mir gerne, damit ich das so umsetzen kann. Bislang ist mir nicht bekannt, wie es geht. Deshalb schaut gerne mal rein. Ansonsten werde ich zusehen, dass ich das vielleicht mal wieder nach oben hin kopiere, weil ich möchte ganz gerne, dass auch die Leute auf Facebook mitbestimmen können und mitentscheiden können. Wir sehen, hier gab es also einige Antworten. Ich sehe hier viel Siacoin, Siacoin, Siacoin und IOTA, IOTA, IOTA. Allerdings reden wir hier nur über drei, ja zwei bis drei Votes. Und da gucken wir mal bei Twitter, da waren so die Hauptvoting-Ergebnisse. Da ist TenX mit 41% der Sieger. Und selbst wenn wir die drei Votes jetzt noch mit reinrechnen würden, seht es mir nach. Ihr seht, dass IOTA leider dann trotzdem nicht an den TenX-Pay-Token herankommt und auch Siacoin ist abgeschlagen. Das bedeutet, wir haben mit TenX den nächsten Coin für den nächsten Coin-Day, Mittwoch ist Coin-Day und dort wird euch der Pay-Token vorgestellt. Herzlichen Glückwunsch für all diejenigen, die sich dafür entschieden haben. Ich freue mich auch darüber. Ihr wisst ja, ich bin, ja, ein Sympathisant von TenX, aber genauso von IOTA oder Siacoin. Dennoch freue ich mich darüber, euch den mal zu präsentieren und ich bin sicher, dass die anderen Coins zeitnah folgen werden. Tut mir einen Gefallen, ich werde heute Abend ungefähr ab 22 bis 23 Uhr eine neue Umfrage starten und bis dahin bitte ich euch unter dieses Video oder aber auch gerne bei Facebook, Twitter oder Telegram einmal kurz euren Wunschcoin zu äußern, damit ich dann abwägen kann, welchen Coin ich denn in diese vier Auswahlmöglichkeiten mit hineinnehme, so dass ihr dann alle ganz fair und, ja, entscheiden könnt, welcher Coin drankommen soll, denn ich möchte gerne, dass ihr das entscheidet und nicht ich vorgebe. Ja, das war es an dieser Stelle. Wenn ihr noch irgendwas habt, schreibt es mir gerne. Ansonsten war es das mit dem Wochenreport. Ich bin tierisch gespannt, was diese Woche mit sich bringt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten bezüglich des Hardcore, äh, des Hardcore, ja, des Hardforks und bin mal gespannt, ob Bitcoin Gold sich etabliert oder ob wirklich aufploppt, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist. Tierisch gespannt. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, tut es sehr gerne, wenn euch das Video gefallen hat. Gebt mir einen Daumen nach oben und ansonsten wünsche ich euch einen richtig, richtig geilen Abend. Einen guten Start in die Woche und bis bald. Ciao!